Der Lackzauberer bietet Ihnen Lackierarbeiten sowie die kostengünstige Beseitigung kleiner Mängel wie Kratzer und Dellen. Ebenfalls beheben wir Schäden an Fenstern, Polstern, Alufelgen und Kunststoff. Wir erledigen alle Arbeiten mit absoluter Zuverlässigkeit. Was können wir für Sie tun? Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich von unserem kompetenten Team beraten.